Ist das ein Dolch, den ich da vor mir sehe? Bist du fatales Bildnis, für das Fühlen nicht wahr wie für das Auge? Oder bist du ein Dolch der Fantasie, ein falsches Werk, entsprungen einem fiebernden Gehirn? Bist du bereit, die Gmbäck erscheint, die Zeit fest an Hand in Hand, rast dich über mir und dann. Dir gebührt an Ehre noch mehr als mehr, als je bezahlbar wird. Ich bin die Treue und den Dienst dir schuldig. Die Schuld zu tilgen ist mein Lohn. Ich seh dich noch, so deutlich in der Form wie der, den ich jetzt ziehe. Mein Auge naht die anderen Sinne, aber da ist mehr wert als der Rest. Der Griff und eine Klinge, Blut bespritzt. Geh weg! Geh weg! Weg! Was? Ich sah ihn aber, red nicht wie ein Weib. Zeig euch, wie sie zeigt uns hin. Kommt die Schatten, fahrt da hin. Du siehst zu sehr, mein Großgeist aus. Für andere Goldung bringt die Stirn gleich jene. Und der Dritte gleich dem zweiten Hexenpack. Was zeigt die mir? Das kann nicht sein. Wer kann den Wald bestechen? Wer dem Baum befehlen, sich zu entwurzeln? Süße Zeichen. Erhebt euch nicht, ihr Toten, bis die Eichen von Burnham sich erheben. Süße Zeichen. Leben Oder cooler Untertitelung des ZDF, 2020